Hallo und recht herzlich willkommen zurück bei Minecraft hier im Herder Ringemuth. Wir befinden uns noch im Auenland vom letzten Mal. Wir haben ja noch einiges hier geholt und ich habe in der Zwischenzeit hier für den Eberhard einen kleinen Unterschlupf gebaut. Der ist jetzt aber von alleine losgebrochen, wie mir scheint. Oder hängt die noch da dran? Die kann man jetzt aber nicht sehen, da hängt eigentlich noch eine Leine dran. So, jetzt ist sie aber weg und wir reiten los. Natürlich machen wir das dann mit der Schnellreise. Aber ich finde es ganz schön hier einfach durch das Tor dort hinten das Auenland auch wieder zu verlassen, wo wir dann reingekommen sind. Ich finde das einfach hübsch. So, an dieser Seite hier haben wir noch die schäbige Wand. Die muss ich noch irgendwann ausbauen. Was ist das hier? Ah, das ist ein Hobbit. Ich dachte, da steht irgendein Selser mit Tomatenstau. So, und damit verlassen wir wieder das Auenland und begeben uns auf unsere lange Reise wieder zurück. Hierher, kurz vor den Toren von Nogod. Ich will immer Nogod dran sagen, aber das ist eine andere Tierenmine. Sondern habe ich hier beim Bollberg? Doch, habe ich auch eine. Den von der Mine kann ich dann auch wieder entfernen eigentlich. Ich muss noch mal gucken, wie das dann auch genau funktioniert. So, ja, wir bewegen uns nicht. Deshalb, ganz kurz hier, ganz kurz, leise sein. So, und heute habe ich was ganz Spezielles vor. Ich muss nur noch zuerst die Musik ein bisschen leiser machen. Ansonsten platzt mir gleich mein Trommelfell. So, wir sind hier. Ich wollte eigentlich nur schnell den Eberhard hier reinlassen. So, und ich glaube, hier müsste ich dann ja auch anhängen können. Ich glaube, das funktioniert auch hier, wenn ich das so mache. Ja, funktioniert auch wunderbar. So, ich dachte nur gerade, das ist vielleicht zu hoch. So, heute geht es wieder mal darum, das Inventar einzuräumen. Moment, ich wollte das eigentlich davor schon machen, habe es aber jetzt ganz vergessen. So, dann werden wir mal jetzt, als erstes hier das Gold brennen. Ich müsste daher noch etwas haben. Ich könnte eigentlich auch mal die ganzen Erze nach und nach ein bisschen durchrödeln lassen. Müssen wir ja sowieso machen. Hier, Kupfer, Zinn, Silber. Einfach mal alles in den Ofen schmeißen. Und da sehen wir ja, was dabei alles herauskommt. Und hier Eisen, Eisenbebeißen. Hier haben wir noch das hier. Dann haben wir hier ein bisschen Kohle haben wir da drin. Da muss man noch Kohle holen. Kohle holen, 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 holen. So, und das kommt da rein. Wo habe ich dir noch? Da habe ich ja noch Kohle. So, so ein bisschen verplant alles noch. Aber das bändelt sich ja dann alles wieder ein. Ihr wisst ja, wie das läuft. So, hier habe ich jetzt Vegetation. Und das haben wir hier Pfeifenkraut. Genau, da müssen wir noch ein kleines Ding ansetzen. Hier mit dem Dwarfwood würde ich ganz gerne eine kleine Brauerei aufmachen. Beziehungsweise einfach nur ein Fass hier reinstellen. So, hier schmeißen wir noch das rein. Dann haben wir hier noch Truden. Das machen wir auch hier bei den Werkbänken rein. Hier die Kasten im Bissure. Und die behalte ich mir lieber. Hier haben wir das Baumaterial. Hier haben wir Klee. Das brauchen wir auch. Das ist Dekoration. Das hier kommt bei den Metallen rein. Dann haben wir noch drei Brote. Ja, wir sind gut gerüstet. Sehr gut gerüstet. Hier bei der Nahrung. Da habe ich doch jetzt irgendwo einen Beutel voll Nahrung. Oder? Habe ich doch mitgenommen. Ja, ich dachte schon. Hier und zwar die ganzen Kräuter. Das kommt eigentlich alles da rein. Plachs ist eigentlich alles hier für die Nahrung. Cool, cool. Da haben wir doch ziemlich viel. Pfeifenkraut schmeiße ich jetzt auch einfach mal da rein. Das ist jetzt so wild. Hier kommt das rein. Das und das. Und das kleine bisschen Gold, das wir noch haben hier rein. Nur einen kurzen Moment. Es geht ja sofort los. Einen Moment. Oh, da habe ich noch jede Menge Erze, die ich gerne nachschmeißen möchte. Und zwar machen wir das auch noch schnell. Dann haben wir das auch geschafft. Und alles, was wir geschafft haben, geht uns danach nicht noch länger auf die Nerven. So, hier habe ich noch Kupfer. Das wird aber nicht reichen mit dieser Kohle. Das ist jetzt Silber. Das ist Zinn. Und das ist Silber. So. Das lassen wir jetzt erstmal durchbrennen. Hier, das bisschen lassen wir uns mit. Da daraus machen wir uns einfach Brote. Dann gehen wir erst noch Schafe füttern. Und dann geht es damit los, was ich eigentlich machen wollte. So, das ist heute ein langer Anlauf, bis wir wirklich zum Thema kommen. Denn ich habe ja vor kurzem, möchte ich jetzt sagen, vor einiger Zeit mal damit begonnen. Über die einzelnen Charaktere hier aus dem Herr der Regnermund zu sprechen. Wir haben da über die Hobbits, haben wir glaube ich alle abgehandelt. Frodo, Sam, Merry und Pippin, sowie Gimli und Leolas, wenn ich das richtig im Kopf habe. Keine Panik. Ich weiß, hier sind keine Herzchen zu sehen. Das liegt daran, dass ich die Partikeleffekte ausgestellt habe. Wo? Hat alles noch seinen Grund. Das werdet ihr auch noch sehen. Hier fehlt noch der Stein. So, dann gehen wir nach oben. Dann kann ich in der Zwischenzeit ein bisschen Steine aus dem Ding klopfen. Wir brauchen nämlich einerseits Koppel und möchten das andere Ding hier gerne fertig machen. Und heute möchte ich dann gerne mit euch ein bisschen über Aragorn quatschen. Und der Aragorn, das ist eigentlich einer meiner absoluten Lieblingshelden oder Lieblingscharakteren aus der ganzen Geschichte. Das war nämlich anfangs der, den ich immer am coolsten fand. Der war der mit dem coolsten Outfit, der schlaueste, der gerissenste Glückspilz, möchte man sagen. Das war einfach ein Held, mit dem man sich sehr gut identifizieren konnte. Er war weiser, er war klug, durchdacht, er handelte mit Bedacht. Einfach ein sehr schöner Held. Im Moment, ich stelle gleich Fackeln auf. Ich weiß, sonst heißt es für Öö, Togio, Ööööööö. Und da wir gerade beim Öööö Togio sind, du hast gesagt, täglich Videos. Ja, 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 ich weiß, ich weiß. Aber ich muss ja auch studieren. Es sind halt ein paar Dinge dazwischen gekommen. Und ich habe mir das von euch auch ein bisschen durchgelesen, was ihr dazu eigentlich sagtet, mit Februartäglich Videos. Es waren tatsächlich Leute, die das nicht so cool fanden. Einerseits, weil sie nicht die Möglichkeit haben, alles zu gucken. Andererseits, weil sie finden, dadurch nimmt man sich die Freude bei einem neuen Video. Man guckt immer alles und so weiter. Und dann dachte ich mir, gut, haben wir einen Kompromiss. Machen wir einfach alle zwei Tage. Ich glaube, damit sind alle glücklich und alle einverstanden. Ich bin es jedenfalls auch. Und darauf freue ich mich schon. Und das ist auch locker hinzukriegen. So, zurück zu Argon. Ich weiß nicht genau, wie vertraut ihr mit der Hintergrundgeschichte des Charakters seid. Das ist ja doch ziemlich weitreichender, als man es nur durch die Filme kennt. Und vor allem, bevor überhaupt die Gefährten zusammengerufen werden, gibt es eine deutlich ausgereifte Hintergrundgeschichte von Argon. Das ist natürlich klar, denn immerhin ist er eigentlich einer der Hauptprotagonisten in den Büchern, muss man ehrlich sagen. Und auch, was das Geschehen in der Mittelerde betrifft, also den großen Handlungsstrang hier nicht mit Froh und so weiter, sondern was den Ring betrifft, die Kriege, wie sich die Völker und Gebiete ausdehnen und so weiter, spielt Argon eine sehr zentrale Rolle. Er ist ja ein Nachfolger von Elendil und ist der Sohn von Argon, dem Zweiten. Und er ist eigentlich auch Argon, der Zweite. Und seine Mutter hat ihn aber schon im Alter von zwei Jahren, glaube ich, wenn ich mich richtig im Sinne, nach Bruchtal geschickt, da sein Vater schon verstorben ist. Und dort wurde er von Elrond aufgezogen. Da gab man ihm dann auch einen anderen Namen. Den weiß ich jetzt nicht genau auswendig. Ich weiß nur, dass er auf Quenya so viel wie Hoffnung bedeutet. Und das ist eigentlich eine lustige Tatsache, dass in den Filmen sehr viele Dialogzeilen von Argon eine Anlehnung auf eben diesen Namen sind, den man ihm als Junge gegeben hat, eben Hoffnung. Deshalb hat er dann immer wieder, Hoffnung gibt es immer oder, keine Ahnung, die Hoffnung, so irgendwas, hat halt so Hoffnungssprüche. Und das ist eben an das ein bisschen angelehnt. Und das finde ich eigentlich ganz gesagt, das hatte ich auch nicht gewusst. Ich habe ja jetzt extra noch ein bisschen was nachgelesen zu Argon. Ich wusste das ja auch, da ist es mir auswendig. Ist ja doch schon ein Zeitchen her, dass ich das gelesen habe. So, wie hoch haben wir denn hier eigentlich die Decke? Beziehungsweise wie hoch möchte ich die denn? Ich könnte da durchaus noch zwei Blöcke rausschlagen. Das geht sich locker aus. Dann machen wir das... Oh, das sind jetzt... Oh Gott, hier sind doch zwei. Dann machen wir das auch noch. Andererseits ist die Decke da ein bisschen höher. Ich mag eigentlich, ehrlich gesagt, hohe Decken immer recht gerne. Das werden wir dann in Orgon-Stuckwerke auch noch so machen. Hier weiß ich nicht, wie viel er jetzt ist, das haben wir ja noch alles. Und nachdem Argon in 20 Jahren geworden ist, wurde ihm dann wirklich gesagt, wer er wirklich ist. Denn man gab ihn ja eben diesen jungen Namen nicht nur, weil er jetzt bei den Elben lebte, sondern man wusste, dass das Böse sich nach den Erben Elendils umschaut. Und dafür war der Name einfach zu gefährlich. Man gab ihm diesen anderen Namen. Und erst als er 20 Jahre alt wurde, hat man dann ihm eben gesagt, wer er wirklich ist. Und es wurden ihm die ganzen alten, wie gesagt, Erbstücke übergeben. Nichts, sondern unter anderem die Buchstücke von Arsil. Der Ring, den man im Film sieht, ich habe mir den Namen jetzt leider nicht merken können, das sind diese zwei Schlangen mit dem Smaragd-Auge. Und das ist ein sehr, sehr alter Ring. Der wurde eben in Nargothrond geschmiedet, glaube ich, hier in den blauen Bergen. Und spielte eine zentrale Rolle hier bei, keine Ahnung, dem Vater von Bären. Ihr kennt euch meinen Namen, glaube ich, sowieso besser aus als ich. Und darauf haben die Zwerge einen Eid geschworen und Treue Eid und so weiter. Und er ging dann eben später in das Ding über, wie sagt man, in die Erbstücksverwaltung der Häuser von Arnor sozusagen. Den hat er eben bekommen, eben die Buchstücke von Arsil. Und einen silbernen Stab, der eigentlich der Herrscher, das Zepter, kann man sagen, dieses Herrschaftszepter von Arnor war. Und das ist das älteste von Menschen geschaffene Artefakt in Mittelerde. Das ist auch so ganz interessant. Das hat er eben bekommen. Und da er im Bruchtal gelebt hat, hat er natürlich irgendwann Arwen kennengelernt. Und in die hat er sich halt ein bisschen verguckt. Und der Elrond, was die Musik hängt hier, der Elrond sagte, ja, da ist er dann ein bisschen zwiegespalten gewesen. Er wollte ja seine Tochter nicht an einen Sterblichen weitergeben. Das ist natürlich klar. Und sagte dann, ja, du darfst die Arwen halt ehrlichen, wenn du es schaffst, die alten Königreiche wieder zu vereinen. Das ist so ähnlich, als würde die Merkel jetzt zu mir sagen, ja, ich habe deine Tochter für dich, aber du musst halt erst die EU stabilisieren, ihr Flüchtlingskrieg abschaffen und vielleicht mit dem Russen noch irgendwas aushandeln. Das ist halt schon ein bisschen Kacke. Oder hier, oh, jetzt war es fast zu böse. Die Mutter von Eva Braun sagte, ja, lieber Adolf, du darfst meine Tochter gerne haben, aber du musst das Großdeutsche Reich wieder zusammenführen. Okay, das lassen wir mal sagen. Aber Argo, der machte sich dann eben sofort, nahm sich der Aufgabe an und diente zuerst als Heerführer in Gott. Ich muss immer noch lachen bei mir, Adolf machte sich dann als Heerführer in Rohan einen Namen. Vor allem unter dem Königvor, ich sage mal so, boah, das ist jetzt peinlich, dass ich den Namen nicht mehr weiß. Hilfe, ich muss das schnell überspielen. Theoden, boah, das war jetzt knapp. Das, das, oh, das ist fast ein bisschen peinlich, dass mir das letzte Mal eingefallen ist. Aber nicht so, weil mir, der Name lag mir auf der Zunge. Ich bin mir vielleicht jetzt einfach so spontan, es ist schon spät. Es ist jetzt sechs Uhr morgens, ich bin noch von gestern wach und ich nehme jetzt doch noch schnell was auf. Und war eben da, unter dem Vorgänger von Theoden hat er eben sehr viel gearbeitet, hat sich dann einen Namen gemacht und unter anderem auch in Gondor. Da war er aber nicht als Aragorn bekannt noch, sondern eben als, glaube ich, Adler des Sterns oder so irgendwas. Oder Silberadler oder Adler des Silbers, so irgendwas. In einer Fantasiesprache von Dolkchen. Die Namen kann man sich ja alle nicht ehrlich merken, wenn man sie nicht aufschreibt oder so. Und den Namen hat man ihm gegeben, weil er eben eine Brosche trug mit einem silbernen Adler. Und der war eben ein Heerführer, auch in Gondor, unter dem Truchset vor Denetor. Also vor dem Truchset, den man im Film sieht. Und war ein sehr engagierter Heerführer, hat sehr viele große, wichtige Siegerungen und hatte das Vertrauen des Truchses. Also an dem Denetor, da sah das dann dagegen etwas sehr zwiespältig. Er hatte auch kein gutes Verhältnis zu dem vorläufigen Truchset. Und man munkelt, dass er schon ahnte, was die wahre Geschichte hinter Aragorn ist. Dass er eben dieses Sohn Elendis ist. Und wenn das die Wahrheit wäre, wäre das natürlich der nächste König und würde ihn seines Amtes berauben. Und das möchte er natürlich nicht und war deshalb ein bisschen, naja, nicht ganz so freundlich gegenüber aufgeschlossen. Aber das ist natürlich klar. Das sieht man dann auch in Filmen, wo man dann gleich hört, ich beuge mich diesem Waldleifer aus dem Norden nicht und so weiter. Das sagt er irgendwas. Das ist eben darauf zurückzuführen. Aber eben mit dem anderen Truchset hatte er ein sehr gutes Verhältnis. Und bevor noch die ganze Ringgeschichte da aufbricht mit der Gemeinschaft des Ringes und so weiter, hat er dem Truchset geraten, den Hafen von Umbar ein bisschen im Auge zu behalten. Denn Umbar ist stark geworden. Man sollte sie nicht zu stark werden lassen. Die Cousaren waren natürlich eine sehr große Bedrohung, vor allem für Belagir, die Hafenstadt. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Ich kann eigentlich mal in der Zwischenzeit das ganze Gold hier rausnehmen. So, Moment, habe ich mal bei Beschlüssen. Das ist eben für Belagir. Das ist an der Südküste. Warte, ich kann das eigentlich ja gleich an der Karte zeigen. Das müsste eigentlich hier sein. Moment, Moment, Moment. Hier müsste Belagir sein. Das hier, oder? Den hier. Belagir. So, das hier ist es. Das ist natürlich sehr gefährlich oder sehr anfällig für die Cousaren natürlich. Und jetzt muss ich mir nur noch schnell ein paar Spitzhacken. Dann kann ich das hier wieder reinschmeißen. Ich bin sofort wieder bei euch da. Dann nehmen wir noch... Da habe ich da keine Sticks mehr. Das gibt es auch. Da hatte doch irgendwo so einen Beutel noch welche. Da sind sie ja... Dann schnell Spitzhacken machen. Spitzhacken. Ich glaube, wir machen wir frisch zwei. Die werden sowieso verbraucht. So, dann haben wir das hier auch. So, demnach ist Aragorn dann eben mit einer kleinen Mannschaft... Oder die haben... Kleine Mannschaft ist für Glück gesagt. Die haben eigentlich ein Heer aufgestellt. Und da ist dann mit Booten in den Hafen reingefroren und hat es geschafft, ohne entdeckt zu werden, einen Großteil der Cousarenflotte eigentlich niederzubrennen. Und hat somit einen sehr großen Sieg in dieser Hinsicht errungen. Ich möchte jetzt nur gerne, bevor ich da wieder weiterquatsche, kurz abstecken, wo dann das Teil hier dann enden wird. Und zwar ist das hier dieses. Ich mache das jetzt am besten, dass ich da genau weiß, wo das rauskommt. Hier kommt das raus. Nö. Hier kommt das raus. Ich muss das nur kurz ein bisschen abstecken. So, das kennt man ja. Und dann kommt es da raus. Da müssen wir halt ein bisschen Zaun hier abtragen, aber das geht schon. Ich dachte eigentlich, das geht ein bisschen weiter hier in das Kohleding rein. Aber das sieht vielleicht gar nicht so verkehrt aus, wenn das hier an der Mauer aneckt. Ich glaube, das sieht eigentlich sogar sehr gut aus. Könnte es mit Unterumständen, hoffe ich zumindest, ein bisschen. Vielleicht ungefähr so. Dann kommt es hier hin. So, und nachdem eben Aragorn es geschafft hat, diese Flotte ein bisschen zu dezimieren, war eigentlich natürlich eine Siegesfeier für ihn angedacht. Aber er hat dann einen Brief an den Durchsatzgeschichten und dann sagt, hey, ja, danke, Väter wäre cool, aber ich habe ja andere Verpflichtungen, denen ich jetzt nachgehen muss. Und dann hat er sehr lange Zeit damit verbracht, einfach Ruhm und Herat und so weiter einfach zu bereisen, die Leute da ein bisschen auszukundschaften und dem Sauens Einfluss da ein bisschen einzudämmen. Denn er war immer noch recht groß und eine große Bedrohung für die freien Völker. So, das müsste eigentlich hier raus wieder, gell? Jetzt hier zwei nach rüber, das ist kein Problem hier. Das können wir alles mit einmauern. So, wir müssen schauen, wie weit das eigentlich genau geht. Das hat alles so ein bisschen auf Augenmaß abgeschätzt, aber ich glaube, ich habe ein gutes Augenmaß. So, ich behaupte das jetzt einfach mal, wahrscheinlich stimmt es nicht. So, an dieser Höhe geht es dann wieder rein. So, da hat er eben Ruhm und Herat, das sind diese großen Wüsten beziehungsweise Ödenfelder hier an dieser Seite. Hier haben wir Herat und Ruhm haben wir hier. Brownlands, hier irgendwo ist Ruhm, keine Ahnung, da hinten nicht. Irgendwo hier, in diesem Bereich. Oder ist das hier, was war das hier eigentlich hier hinten? Ah, hier ist Ruhm, genau, das kleine hier. So, das hier. Das hat er jedenfalls bereist und erkundschaftet und eben dort wichtige Dinge getan. So, wichtige Dinge tun. So, das geht dann hier rüber. Haben wir dann nochmal? Ach, da habe ich natürlich noch so eins eingebaut. Das ist ja lästig. Kann man denn nur? So, hier kommt dann das alles weg. Weg, weg, weg. Ich bin ja gleich wieder bei euch da. So, so, hier geht's so. Und hat das dann gemacht und danach wurde im Empfang Gandalf auf, beziehungsweise hat sich dann im Gandalf in Verbindung gesetzt. Das ist nicht so mit dem WhatsApp, aber halt haben sich halt in Verbindung gesetzt und haben erfahren, dass Gollum eben einen Ring hatte. Man wusste damals noch nicht, dass das der eine Ring ist, aber sie sind dem Schöpf natürlich nachgegangen und den Gerüchten. Stimmt das hier überhaupt halbwegs? Wo bin ich denn jetzt auf welche Höhe? Ich muss nochmal kurz gucken. 1, 2, 3, 4, 5. Stimmt ungefähr, was ich hier baue. Das wäre natürlich ansonsten ziemlich kacke. So, und da geht's eigentlich nur noch gerade in den Bergen. So, dann können wir jetzt anfangen, wieder alles aufzuschützen und ich kann in Ruhe weiterreden. Ne, und wir haben dann eben Gollum gesucht, haben ihn dann schließlich gefunden in den Totensümpfen. Oder die Sümpfe der Toten, ich weiß das gar nicht mehr. Heute habe ich aber auch, fallen mir viele Namen nicht mehr ein. Das ist eigentlich ein bisschen schade. Ich muss mal wieder herdringen, so weit ist sie gekommen. Und die haben das dann, den Gollum dann schließlich gefunden. Da gibt's übrigens einen unheimlich guten Fanfilm. Habt ihr es sicherlich gesehen, der dauert, glaube ich, vielleicht eine Stunde. Und es geht da, ich weiß nicht genau, wie der heißt. Er ist klar, nur in Englisch erhalten, aber wirklich sehr, sehr gut gemacht, vor allem mit den Kostümen. Und es geht darum, eben wie Aragorn Gollum verfolgt und versucht ihn eben einzufangen, beziehungsweise in den Eraldien einfängt. Das ist wirklich sehr gut gemacht, muss ich sagen. Es ist wirklich unheimlich gut. Hat mir sehr gut gefallen. Ich glaube, der Hunting, Gollums Huntdown oder so, ich bin mir wirklich nicht sicher, wer der heißt. Ich gucke aber noch mal. Ich gucke noch mal nach, dann schreibe ich es euch in die Kommentare. Falls ihr mal nicht wisst, was ihr eben tun könnt, könnt ihr euch den sehr gerne angucken. Ist wirklich sehr gut gemacht. Und die haben dann schließlich Gollum gefunden und haben ihn zu Dingol in den Düstermal gebracht. Äh, nicht Dingol. Zandoril natürlich, dem Vater von Legolas. Ach Gott, da habe ich wirklich so einen Rittel drin. Es sind aber so viele Namen und Ortschaften und so weiter. Aber, naja, es geht schon, es geht schon. Ihr versteht mich ja so halbwegs zumindest. Und, äh, dann ist eben der Ring in den Besitz von Frodo gekommen und das Weitere kennt ihr ja. Und da war dann eben Aragorn natürlich unter anderem auch ein Teil der Gemeinschaft. Und sobald sie eben erfahren haben, dass das der eine Ring ist, haben sie natürlich dazu aufgemacht, äh, den Ring nach Mordor zu tragen. So, Aragorn konnte dann natürlich nicht das Ding vermeiden, dass, äh, dass die Gemeinschaft zerbrochen ist und so weiter. Die Geschichte kennt ihr natürlich, glaube ich, alle von den Filmen und hat dann eben in Rohan während dem Krieg eine sehr große, bedeutende Rolle gespielt, sowie natürlich auch bei der Abwehr von der Belagerung von Minas Tirith, wo er eben den alten Schwur Elendils hier an der Pfruchte der Toten, hier am Tod, Bass am Dimrold, eben erneuert hat und so weiter. Das kennt ihr alles, und er eben mit der Armee der Toten einen sehr großen und sehr wichtigen, entscheidenden Eingriff in die Schlacht genommen hat. Als dann eben auch Sauron, äh, beziehungsweise der Ring, in das Feuer geworfen wurde und Sauron besiegt wurde, sozusagen, äh, wurde er dann zum König gekrönt. Allerdings, äh, nicht wie im Film wird, dann anscheinend, wird danach geheiratet, sondern schon davor, äh, nicht geheiratet, verlobt, Entschuldigung, es wird schon davor verlobt, und zwar als Aragorn, bevor sich eben die Gemeinschaft zusammensetzt, ist er nochmal kurz in Lothlorien, keine Ahnung, was er da genau gemacht hat, ich weiß es auch nicht, und hat sich da eben am, äh, Kelib, Amon Kelib, so irgendwas, Moment, das ist auch auf der Karte, ich könnte ja eigentlich einfach nur viel öfter die Karte nehmen, das müsste hier, einer der Hügel hier sein, Karaskara, das ist, ne, Kerin Amoth, genau, hier, da hat er sich eben mit Arwen verlobt. Moment, äh, Ich glaube, ich trage das frisch ab, hier sind wir jetzt oben, da tut man es ein bisschen leichter, so, Und danach wurde eben zum König gekrönt, und, äh, hat eine sehr weise und sehr friedliche Herrschaft genossen, ich glaube, über 120 Jahre noch war er eben König von Gondor und Anor, dass er eben seit der Krönung von Elendil erstmals wieder vereint war, und unter allen Erben Elendils ist er wohl der, der Elendil als am ähnlichsten war, also von der ganzen Herrschaftsdings, äh, Zeug aus, sowie auch von der Führerschaft, Persönlichkeit und so weiter, und deshalb wurde er beim Volk sehr hoch geschätzt. Er ist dann eben, äh, als er mit der Armee der Toten Minas Tirith, äh, sozusagen gerettet hat eigentlich, mit diesem, äh, ich sag, mit diesem Silberstern-Dingens hier, auf der Stirn in die Stadt geritten, aber unerkannt, die Leute erkannten ihn jetzt sofort, und, äh, hat dann dort noch als Heiler in den heilenden Quellen, in den, oder heilenden Häusern, gearbeitet, das ist im fünften Ring von Minas Tirith, die bekannten heilenden, äh, Dinger, wo er eben dank der Attilas-Dings den schwarzen Atem heilen konnte, das ist eben dieser, vor dem Nazgul hier, dieser Schrei oder so, diese Lähmbung, die er dann eben damit heilen konnte, und er hat dann da auch wieder einen neuen Namen bekommen, genau so wie es Streicher ist ja eigentlich auch, ein Name, den ihm eigentlich die Leute aus Bray gegeben haben, weil sie nicht genau wussten, wer er ist, weil sie da war ja noch dieser Waldläufer, und, äh, hielten ihn ja eher für einen zwingelichtigen Wegelagerer, und gab ihn deshalb den Namen Streicher, und, äh, witzige Sachen auch, Mary und Bippin, lernten ihn ja unter Streicher kennen, und haben ihn immer so genannt, und das war natürlich ein bisschen, äh, naja, erstaunlich für die Hohen Adeligen, die ihn natürlich immer hier auf irgendwelchen königlichen Namen nannten, und sie immer Streicher, also finde ich noch so eine ganz nette Anekdote nebenbei, Okay, so, und, äh, da war noch irgendwas Wichtiges, das ich jetzt aber vergessen habe, genau, und danach gab es eben, es war nicht nur eine sehr friedliche Zeit unter Argon, es gab doch noch ziemlich viele Kriege, vor allem im Süden und Westen Mittelerdes, und er hat eben meistens im Bündnis mit Rohan bestritten, und das ist falsch hier, da kommt es weg, muss ich nur gucken, schon, damit ich das alles richtig mache hier, das war ja sonst ja fatal, so, jetzt habe ich damit auch schon angefangen mit diesem Portal, das kommt hier hin, dann haben wir das schon mal ein bisschen abgesteckt, so, zum Abschluss kann ich eigentlich nur sagen, jetzt habe ich hier eine Viertelstunde lang eigentlich nur Argons Geschichte erzählt, da gibt es aber so viel, und ich habe jetzt sicherlich auch schon die Hälfte ausgelassen, beziehungsweise man könnte noch viel genauer in das ganze Zeug eingehen, vor allem eben dann noch das ganze, Undwilder, die Flamme des Westens und so weiter, da bin ich jetzt gar nicht mehr darauf eingegangen, so wie auch eben mit Elrond, gibt es auch noch ein paar andere Dinge, und seine Freundschaft mit Gandalf und so weiter, da gibt es doch noch einiges, aber ich glaube, das sollte so als Probeumriss für Aragorn genügen, und da ist er eben, wie gesagt, meiner Meinung nach, eine sehr, sehr zentrale Rolle, nicht in der Geschichte ans, wie ist es dann, das ist schwierig, wenn man sich die Geschichte, ja doch, er ist doch eigentlich eine der Hauptfiguren, aber, mir kommt vor, er ist die Persönlichkeit, ach Gott, er ist eigentlich die Persönlichkeit, die das ganze Geschehen rund um den Ring und so weiter, beziehungsweise eben die Völkerkönigreiche und so weiter, einfach steuert, das ist schwierig zu sagen, aber es ist von mir, einfach mit der Biografie, ganz ehrlich, da ist man Mittelerde, kann man schon fast sagen, so, ich habe die Steine fertig, das heißt, es ist vorbei, schaltet auch das nächste Mal wieder ein, nein, ich hoffe, euch gefällt das ein bisschen, wenn wir ein bisschen genau über die Charaktere quatschen, beim nächsten Mal, weiß ich noch genau, ich glaube, vielleicht sogar Gandalf, aber es ist ein sehr, sehr tiefgreifendes Zeug, mal schauen, vielleicht auch Faramir, Boromir, das wäre auch noch sehr interessant, beziehungsweise auch so die Herrscherlinien von Gondor und so weiter, ich habe da jetzt eben im Zuge der Gondor Reportage, gerade noch ein bisschen dazu recherchiert, ist das alles noch ein bisschen frisch, dann ist das ganz angenehm, ich hoffe, jedenfalls euch gefällt das, wenn ich da ein bisschen, ja fast schon Frontunterricht hier so vortragend, über irgendwelche Zeiten und Orte und Menschen spreche, die eigentlich komplett frei erfunden sind, muss man auch sagen, das ist jetzt kein Mehrwert, wo er dann sagt, ich gehe next time in die Schule und hey, gestern habe ich was Wichtiges gelernt, man lernt vielleicht was, aber ich finde es halt einfach sehr interessant und wenn wir uns schon hier auf das ganze Herr Dringe-Ding spezialisieren, dann ist es vielleicht auch ganz toll, mal so eine kurze Zusammenfassung, einfach so für Leute, die die Bücher nicht gelesen haben und ich muss jetzt aufhören, ich weiß nicht, wie lange die Endcard ist, deshalb bis zum nächsten Mal, macht's gut, bis dahin, tschüss.